Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir diskutieren heute nicht über Fluch und Segen der Atomkraft Also das ist eine Bürgerinformationsveranstaltung Sie können dann entsprechend Ihre Fragen zu dem geschilderten Vorfall stellen Ich möchte vorne wegschicken, weil ich diverse Mails auch erhalten habe Ich möge doch bitte Kraftamtes dafür sorgen, dass das Atomkraftwerk nicht abgestellt werden soll Meine Damen und Herren, dazu nur in aller Durchsicht Ich muss Sie nämlich enttäuschen Die Stadt Schweinfurt besitzt keinerlei Kompetenz Nicht mal eine Befassungskompetenz Was das Kernkraftagrafen-Meinfeld betrifft Der Umgang mit der Kerntechnik in Deutschland Durch ein ausgeprägtes, sicherheitsorientiertes Denken und Handeln geprägt ist Das findet seinen Niederschlag in einem dichten, atomaufsichtlichen Verfahren In einer Reihe von gesetzlichen Regelungen, von Vorschriften, von Verordnungen und so weiter Und ich glaube, nichts Verkehrtes zu sagen, wenn ich behaupte, dass diese Regelungsdichte in Deutschland ganz besonders hoch ist Wurden bei einer Ultraschallmessung einer Anzeige am Thermoschutzrohr eine nicht signifikante, also eine sehr kleine Veränderung registriert Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Ausdehnung dieser Anzeige unveränderbar war Dass aber das Echo der Schall, der auch gemessen wird, eine sehr kleine Veränderung ergeben hat Die Ausdehnung ist, wie gesagt, genauso groß oder klein wie bei der vorigen Messung Sodass man definitiv sagen kann, wir haben es mit keinem aktiven Schadensmechanismus zu tun Das war auch die Bewertung der mit der Ultraschallanzeige befassten Fachleute Dass diese Anzeige sicherheitstechnisch unbedenklich ist Die erste Frage wäre allgemein zur Bedeutung, wie wichtig ist denn dieses Ereignis Also lohnt es sich überhaupt, dass wir hier weiter darüber sprechen Und da ist eben nicht nur die tatsächliche Ausmaß des Risses oder des Anrisses wie auch immer Sondern auch eben die potenzielle Wirkung oder was kann am schlimmsten Fall passieren Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum viele hier sind Und das gehört auch zum guten Geschäft in der Kerntechnik, dass man den Blick eben relativ weit nimmt Und auch schaut, was kann im schlimmsten Fall passieren Und reichen unsere Vorsichtsmaßnahmen aus, die wir ergriffen haben Der zweite Punkt wäre dann, was ist tatsächlich in Grafenreinfeld gemessen worden Was ist auftreten, um die Bedeutung einzuschätzen Und die dritte ist natürlich nochmal ein Blick auf die Maßnahmen Also was muss getan werden, was wird getan Zur weiteren Erklärung des Ereignis Die Gefahr besteht darin, der Riss wächst weiter Führt schließlich zu einem Anriss oder Abriss der Leitung Und wir haben ein Leck im Primärkühlkreis Und das ist natürlich eine ständige Kraftwerk, die sicherheitstechnisch sehr wichtig ist Sehr nah am beärkten Druckbehälter Die Hauptkühlmitteleitung ist ja dafür da, dass ausreichend Kühlmittel umgewälzt wird, um den Kern zu kühlen Und das brauchen wir nicht nur im Leistungsbetrieb, sondern auch dann, wenn er abgeschaltet ist Weil da eine große Nachwärme da ist Solchen wahrnehmen muss Also das heißt, es ist jetzt eine vorsorgliche Meldung dieses Ereignisses Und das liegt einfach an den Kriterien überschreitet worden sind Und aufgrund der Ultraschallprüfung konnte man jetzt das Ausmaß des Risses Wie auch immer Oder der unengenste Inmaterial abschätzen Das ist einmal eine Risstiefe von etwa 2,2 und von der anderen Richtung gemessen 2,7 mm Und eine räumliche Ausdehnung von etwa 330 mm Und auch diese beiden Kriterien führen dazu, dass man das als Befund weiter wahrnehmen und bewerten und nahe aufklären muss Ist die Prognose wichtig? Wie verhält es sich weiter? Es ist klar, im Moment ist es noch kein Rang durchdringender Riss, es ist kein Kühlmittel ausgetreten, es ist keine Leitung abgerissen Aber man will natürlich wissen, wie lange hält die Leitung, doch man ist sehr ausreichend sicher Dazu müsste man einmal wissen, wie schnell jetzt dieses Leck Und es wäre auch schon so ein bisschen, wie ist denn eigentlich die Schadensursache Zur Geschwindigkeit hat man jetzt diese zwei Erquere, die letzten Prüfungen vor 8 Jahren Die letzten, jetzt im vergangenen Jahr, also 0,1 mm Wachstum nach meinen Kenntnissen Das ist absolut gesehen relativ wenig Zur Schadensursache sind halt noch einige Unsicherheiten Mit der Ultraschallprüfung kann man das Ausmaß eines Risses abschätzen Man kann aber nicht Ursache klären Man kann eben damit nicht richtig ins Material einschauen Eine letzte Klärung der Ursache, der Mechanismen, die ich gleich dazu beigetragen habe Dass jetzt dieser Riss entstanden und auch zumindest gering gewachsen ist Das wird man erst daraus kriegen, wenn man das Material auftrennt, Schliffbilder macht und so weiter Also buchmechanisch untersucht Das Geruhigverhalten, man kann man ausrechten brauchen Sind das Ihre Vorstellungen von einer faire und offenen Diskussion? Dann haben Sie sich gerade hier selbst entgrüßt Große Zahl der Teilnehmer zeigt, dass die Veranstaltung notwendig ist Ich möchte zunächst einmal das bestätigen, was die Frau Dr. Ullmann ja eingangs gesagt hat Es gibt eine eindeutige und einhellige Bewertung des Befundes Durch die Bayerische Aufsichtsbehörde, das sind wir im Bayerischen Umweltministerium Durch die Fachleute des TÜV Süd Durch die Experten der Reaktorsicherheitskommission Und durch das Bundesumweltministerium Und diese Bewertung lautet Ein weiter Betrieb der Anlage des Kernkraftwerks Grafen Rheinfeld Bis Ende März ist sicherheitstechnisch unbedenklich herkommt Wir versuchen dazu beizutragen, dass das Thema wirklich sachlich diskutiert werden kann Und dass der Befund, von dem wir reden, dass diese Ultraschallanzeige In ihrer Bedeutung und in ihrer Wertigkeit richtig eingeordnet wird Auf diese richtige Einordnung kommt es mir sehr an Und da bin ich Ihnen, Herr Kurt, durchaus dankbar für die Feststellung Sie haben gesagt, eine akute Gefahr scheint nicht gegeben zu sein Das kann ich nur unterstreichen Aber ich darf Sie gleichzeitig auch bitten Sie sind auch Mitglied der Reaktorsicherheitskommission Nicht von einem Störfall zu reden Sie wissen, was ein Störfall ist Daher wissen wir auch Die Anlagen in Bayern, die bayerischen Kernkraftwerke sind sicher Ich könnte jetzt noch Ausführungen machen Das Kernreaktor-Fernüberwachungssystem des Bayern als erstes Land eingeführt hat Aber das würde vielleicht zu weit führen Jedenfalls gilt für uns beim Mitglied von Kernkraftwerken Die Philosophie Sicherheit ist das höchste Gut Sicherheit hat Vorrang vor allen anderen Belangen Sicherheit hat selbstverständlich auch Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen Der Kernkraftbetreiber, der Kraftwerksbetreiber Jede Anlage muss die gesetzlichen Anforderungen, die Sicherheitsanforderungen jederzeit erfüllen Und wenn wir Anhaltspunkte dafür hätten, dass ein Kernkraftwerk nicht sicher ist Dann glauben Sie mir, würden wir sofort einschreiten, wir würden sofort abschalten Die Meldung kam jetzt hier an Darauf nicht auf die Tiefe des Richts, sondern auf die systematische Ereignisursache Dass man die nicht ausschließen kann Nämlich, dass ein ermüdungsrelevanter Faktor da ist Und das ist eben jetzt auch nochmal interessant für längere Laufzeiten der Kraftwerke Das kann ich auch nochmal sagen, weil das eben ein typischer Alterungseffekt ist Eine Frage an den Herrn Kurz Hätte die zerstörende Prüfung bei der Revision im Juni 2010 Einen Riss ergeben Wäre das dann ein meldepflichtlicher Vorfall gewesen? Wäre das dann weldepflichtig gewesen? Ja, diese Maßnahme wäre ja nur ergriffen worden, wenn man sich begründete Annahmen hätte, dass es da ein Riss vorliegt Also das Ereignis oder der Hinweis daraus, der wäre ja schon vorher gewesen Den bekommt man nicht erst durch das Auftrennen, sondern da muss ja schon was vorher gelaufen sein Das ist eben eine Bewertung dieser Anzeigen Und da werden natürlich auch Experte und die Behörden mit eingeschaltet Und das Ultraschallmessergebnis ist, das Rohr rauszunehmen und einer zerstörenden Prüfung zu unterziehen Und hätte dann dort ein Riss festgestellt, wäre das ein meldepflichtliches Ereignis gewesen und welchen Dann hätte das an der INES-Einstufung gehabt? Also wenn man ein Riss vorgefunden hätte, wäre das natürlich ein meldepflichtiges Ereignis Ich muss auch sagen, der Betreiber hat natürlich alle Freiheiten, den Ausbau eines solchen Teils zu beantragen und dann zu prüfen Ich sage an Herrn Latschik und den Frau Rüfer, wie Sie mehr Sicherheit garantieren können Wenn Sie Ihre Untersuchungen auf den TÜV Süd begründen, der zu zwei Drittel Wackenfall und E.ON gehören Also wenn Sie Ihre Untersuchungen darauf aufbauen, dann ist man ein Fass Ja, wer beginnt? Herr Latschik Also ich glaube, dem kann man klar widersprechen, dass der TÜV, wie Sie gesagt haben TÜV Süd, ja TÜV Süd, ja Im Rassenfall gehört, stimmt nicht Aktiengesellschaft, die zu zwei Drittel Der TÜV Süd ist ein eingetragener Verein Er hat circa 13.500 Mitglieder, die jeweils eine Stimme besitzen und weder Beiträge entrichten noch Ausschüttungen erhalten Das hat also letztlich zur Folge, dass niemand, also zum Beispiel auch ein Betreiber von Kernkraftwerken, Anteile am TÜV Süd halten kann oder in der Lage wäre, in irgendeiner Form auf die Geschäftstätigkeit des TÜV Süd Einfluss zu nehmen Applaus Applaus Frau Dr. Schneider, ich warte eigentlich die Mandatsträger heute um außerordentliche Zurückhaltung weil das nicht unser Plenum ist, wie wir uns artikulieren müssen Dann stellen Sie Ihre Frage Allein die Einführung, die Sie jetzt gemacht haben, zeigt, wovor Sie eigentlich Angst haben Ich habe eine Frage, die ich stelle Sie Vor Ihren Ausführungen Applaus 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 Ich habe zunächst eine Aussage zum Podium zu machen und zum Anlass dieser Veranstaltung überhaupt Applaus Applaus Wir wollten Informationen erhalten Diese Informationen waren zunächst von der Mehrheitspartei und von diesem Oberbürgermeister geplant In dem in einem Ausschuss zwei Vertreter von E.ON sprechen sollten Das waren nicht die Informationen, die wir uns gewünscht haben Wir hatten ursprünglich den Anteil gestellt, Herrn Renneberg hier am Podium zu haben Und ein ausgewogenes Podium Und ein ausgewogenes Podium Dieses Podium ist nicht ausgewogen Applaus Applaus Wenn Sie zugehört hätten, hätten Sie erfahren, dass wir Herrn Renneberg gerne als erstes angesprochen haben Das hat leider aber bei Ihrem Terminlicht jetzt in dieser Zeit nicht funktioniert Und kommen Sie jetzt noch bitte zu Ihrer Frage Herr Renneberg Ich pflege immer zu zu hören Ich habe mit Herrn Renneberg vorhin telefoniert, eine Stunde lang Die Einladung an ihm ist in der Tat erfolgt Die sah aber so aus, dass er nicht um einen Terminvorschlag gebeten wurde, sondern Friss oder stirb, komm oder bleib weg Er kann heute Abend, wenn man das Ich hätte zwei Fragen an Herrn Lazik Vielleicht aber gerne eine Schwerbemerkung machen Weil sowohl Herr Lazik als auch Frau Ullmann immer betont haben, wie sehr und wie transparent das alles Gelaufen wäre in den letzten halben Jahren Ich finde, es ist nicht fair und nicht transparent gelaufen Herr Lazik, Sie haben Sie haben einem selben gesagt Am 15. Juni war es für Sie der Fall abgeschlossen Umweltministerium, Ehren und TÜV waren sich einig, es ist alles in Ordnung Ein halbes Jahr später ist die Situation vollkommen anders Während Sie im Juni noch gemeint haben, es ist keine Meldung möglich, wird ein halbes Jahr später gemeldet Werden Sie im Juni noch sagen, es reicht, wenn wir im März 2012 in der Rückenlach eine Prüfung machen Sagen Sie im Dezember plötzlich, nein, das Teil muss jetzt im März 2011 bereits ausgetauscht werden Denn jetzt im Juni sind Sie noch der Meinung, es ist alles nicht so schlimm Jetzt im Januar gibt es eine Weiterleitungsmeldung an alle anderen AKW betreiben, alle Aufsichtsbehörden Sie haben Ihre Meinung im Laufe eines halben Jahres vollständig geändert Und Sie haben sie geändert, weil sie Druck aus Berlin bekommen haben Und das ist letztlich nur passiert, weil irgendjemand das Bundesumweltministerium informiert hat Sie von sich aus hätten am 15. Juni den Deckel zugemacht und die Sache wäre schlimm gewesen Und das ist eben alles andere, was bisher oder transparent gelaufen Und auch an Sie mein vermutlich vergeblicher Hinweis, sich auf eine Frage zu konzentrieren Ich wohne Walderachle, ich wohne in Senfeld Und zwar Senfeld ist eine Landkreisgemeinde am Rand der Stadt Schweinfurt 3 Kilometer vom Atomkraftwerk Grafenreinfeld Luftlinie entfernt Und... Ja, ja... Du fährst aber sehr wahrscheinlich außen rum, ich habe die Luftlinie Also auf jeden Fall sind wir tagtäglich von dem Restrisiko des Atomkraftwerkes Grafenreinfeld bedroht Und vielleicht jetzt eine Frage an den Herrn Kurth, vielleicht kann der da weiterhelfen Weil wir da jetzt auch so ein bisschen viel zu viel in Verordnungen, in Vorstiften In undurchsichtigen Prüfergebnissen und Gutachten Das ein normaler Mensch, ein normaler Bürger, wie ich, der ich auch in der Kommunalpolitik bin Bin Mitglied im Kreistag und ich möchte dann auch wissen, wie die Lage hier ist Und Herr Kurth, vielleicht können Sie mir sagen, wenn jetzt im Juli ein signifikantes oder ein Ereignis sich an einer Rohrleitung abgespielt hat Das aufgrund der Ultraschallmessung eine Veränderung darstellt Aber die Laufzeitverlängerungsdiskussion Land auf Land abgeführt worden ist Und wenn Sie jetzt im Anfang September die Atomlobby der Regierung in Berlin die Laufzeitverlängerung in dem Vertrag diktiert hat Sind Sie nicht der Meinung, dass da eine Unregelmäßigkeit darauf reinfällt Eine Meldung darüber überhaupt nicht ins Bild passt Um die Laufzeitverlängerung durchzudrücken Ja, an der Lage der Verordnung oder der Meldekriterien hat sich auch durch den politischen Beschluss der Laufzeitverlängerung nichts verändert Auch wenn ich es etwas seltsam fand, dass meine Vorrednerin nicht nach den Jünglichkeitsformen Mitteleuropas verhandelt hat Meine erste Frage richtet sich an alle drei Kötungsteilnehmer Wenn Sie so einen Riss oder so eine Unregelmäßigkeit, wie Sie eben so von den verschiedenen Fachleuten berichtet wurden Zuhause in Ihrer Wasserleitung haben, fallen Sie dann in Urlaub Das ist meine erste Frage Sie sagen, waren Sie auch etwas polemisch, aber das macht nichts Ich werde trotzdem darauf eingehen Sie haben an einer Stelle gesagt, wenn wir ausgetauscht hätten, dann wären wir des Beifalls gewiss gewesen Ich kann nur sagen, wir haben in der letzten Revision Dichtungsgehäuse an Hauptkühlmittelpumpen ausgetauscht, weil wir dort Rissbefunde hatten Ich habe keinen Beifall gehört, das machen wir nämlich generell so Und das ist unsere hohe Sicherheitskultur Eine Frage an Herrn Kurb Eine mögliche Ursache dieses Ereignisses Mit der spekuliert, dass es eben Materialermüdung ist Und jetzt die Frage ist zu erwarten, aufgrund der Laufzeitverlängerung Dass wir in Zukunft öfter zu solchen Informationsveranstaltungen zusammenkommen müssen Ja, also zum einen, also jetzt rein von der Definition Ermüdung ist eben ein altersbedingter Schaden Also das Ermüdung tritt auf durch zunehmende Belastungen Die sind eben von der Laufzeit abhängig Insofern werden auch die ermüdungsrelevanten Schäden natürlich zunehmen können Aber nicht müssen mit zunehmender Laufzeit Also das, aber dafür gibt es Ich fand auch die Veranstaltung insofern fast ein bisschen wie absurdes Theater Wir unterhalten uns hier über die Problematik Ob dieses Rohr jetzt sofort ausgebaut werden muss Oder erst im März Während auf der anderen Seite recht zeitnah eine Laufzeitverlängerung bis 1928 beschlossen wurde Meine Frage war, wie das Bayerische Umweltministerium eigentlich vertreten kann Und das andere war, was auch mein Einwurf während Ihrer Ausführungen gemacht hat War der Punkt Wir hatten zum einen dargedicht bekommen Dass es sich bei dem Verdacht auf einen Ermüdungsdruck Auf einen Ermüdungsriss in einem höchst sicherheitsrelevanten Bereich Sicherlich in der Bagatelle handelt Wie kann dann Ihr Ministerium in dem Fall von einer freiwilligen Untersuchung sprechen? Von einer freiwilligen und letztendlich klärenden Untersuchung So haben Sie das dargestellt Herr Lauterungen über Ihr Prüfverfahren Sie sprechen immer von einer Ultraschallprüfung Über eine Ultraschallprüfung stellen Sie gewisse Abweichungen fest Die sind spezifiziert nach oben und nach unten Und Sie sprechen immer bei den Risstiefen an Mehr oder weniger Eine exakte Risstiefe können Sie aber nur feststellen Wenn Sie das Rohr heraustrennen Wenn Sie Schliffbilder machen Über einen Raster Elektronenmikroskop Die Risstiefe feststellen Und dann können Sie exakt diskutieren Was Sie machen und wie Sie das machen Aber alles, was Sie bisher erzählt haben Es geht bei mir irgendwo vorbei Über eine Frage an Sie Mit welchen Kosten ist etwa der Austausch Dieses fraglichen Bauteils verbunden? Die Frage ist eine Frage Wie spielt da bei dem Austausch von Teilen überhaupt keine Rolle? Ich habe es vorher ausgeführt Bei uns geht Wirtschaftlichkeit immer vor Sicherheit Ich versuche das immer auch genau das zu machen Entschuldigung, Sie werden mir zugestehen, dass jeder sich mal versprechen kann Ich will das auch versuchen zu erläutern Es geht selbstverständlich um Sicherheit vor Wirtschaftlichkeit Ich wollte nämlich erklären, warum das für uns letzten Endes eine wirtschaftliche Facette auch hat Wenn wir solche Sicherheitsanzeigen nicht entsprechend beheben Dann wirkt sich das ja am Ende auch im Stillstellen aus Und damit ist für uns das oberste Prinzip Sicherheit Weil wir damit letzten Endes die Anlage auch wirtschaftlich betreiben können Wir haben jetzt die ganze Zeit gehört, dass letztes Jahr im Sommer dieser Befund festgestellt wurde Und jetzt wird reagiert Was mich aber mittelprächtig entsetzt ist die Tatsache, dass offensichtlich ja 2001 Bei einer Revision schon eine Unregelmänglichkeit festgestellt wurde Und offensichtlich kein Anlass gesehen wurde Während neun Jahren weiterzuschauen Was das jetzt eigentlich weiter zur Folge hatte und was damit passiert ist Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank